Eine lange Bauphase liegt hinter dem Team von Schlegel und Eisen in Härten und die ist auch noch nicht vorbei, denn hier in der Zeche wird ständig weiter saniert. Heute zur Extraschicht können Besucher erstmals hier in den Innenraum der Zeche gehen und draußen gibt es Konzerte und Lesungen und die ganzen Einnahmen, die heute so reinkommen bei dieser Veranstaltung, fließen auch wieder in die Sanierung der Zeche. 1873 ist das ehemalige Bergwerk Schlegel und Eisen gegründet worden. 1989 schloss die RAG die Bergwerke Ewald und Schlegel und Eisen zu einem Verbund zusammen, womit die Förderung an diesem Standort endete. Über Schacht 3, der 1897 in Betrieb ging, steht das älteste erhaltene deutsche Strebengerüst der Bauart Promnitz in Nordrhein-Westfalen. Entworfen hat es der Bochumer Ingenieur Werner Gellhorn. Im Burgebiet sind nur noch vereinzelt Fördergerüste dieser Art zu finden. Heute stehen Fördergerüst und Maschinenhalle in der Obhut der Stiftung für Industrie, Denkmalpflege und Geschichtskultur. Der Club Schlegel und Eisen setzt sich für die Erhaltung und Pflege des historischen Bauwerks ein. Ein weiterer Teil der Gebäude wird von der Werksdirektion Technischen Dienste der RAG genutzt. Das war ein kleiner Ausschnitt unseres Extraschichtfilms. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann gibt es hier unten den kompletten Film. Hat euch dieser Film gefallen, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Yo! Yo! Yo, yo, yo!